Hallo ihr Lieben, wir sind hier in World of Warcraft Dragonflight in der Version 10.1.0 und wir sind hier in Iskara im Azublauen Gebirge auf den Dracheninseln und wir haben hier den Tavio, der die Quest hat, Hochlandfischen, Hochlandfischen, da hast du nicht so viel zu machen. Grüße Freundin, wie ich sehe, lernt ihr die Wege der Tusker und damit auch die Wege der Fischer. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch etwas herstellen, mit dem ihr an den Hochlandtümpeln der Dracheninseln angeln könnt. Glaubt ihr, ihr seid bereit für die Herausforderung und Quest B enden. Und damit ist die Quest Hochlandfischen auch beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen, schaltet gerne wieder ein, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaltet auch gerne mal auf meinen Twitch-Kanal, ist verlinkt im YouTube-Kanal und damit bis zum nächsten Mal. Tschaui!